So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Check-in. Da ist man irgendwie platt nach so einer Reise. Ich glaube, wir brauchen erstmal Urlaub. Körperlich geht das ja anders, aber mit dem Bier musst du das erstmal alles verarbeiten. Das geschieht jetzt danach der Reise. Das war's. Das war's. Ich helfe. Das war's für heute. Oh, Wahnsinn, die ersten Schritte hier in München, es geht einem irgendwie so viel durch den Kopf, man ist ein bisschen überwältigt von den Gefühlen, Wahnsinn, München hat uns wieder. The boys are back in town. Oh, ich bin jetzt erstmal platt, aber what a trip, würde ich sagen. Ja, hier hat die Reise begonnen. So, wir sind jetzt am Münchner Airport, das Tor zur Welt. Ja, hier hat die Reise begonnen. Wir sind jetzt wieder zurück, Water Trip, ihr müsst es jetzt erstmal bearbeiten zu Hause und ihr könnt gerne in die Kommentare posten, wie es euch gefallen hat. Feedback auch gerne als persönliche Nachricht, ich lese mir alles durch und freue mich natürlich darüber und ich bin sicher, die Reise geht weiter irgendwie mit dem Vlog, aber heute nicht mehr. Ja, heute chill ich mir erstmal auf die Couch, muss es alles sacken lassen und dann geht es aber sicherlich demnächst weiter. Ja, nichts blinkt in der U-Bahn, es ist so konservativ hier, im Vergleich zu Las Vegas, aber sehr angenehm. Und dann wird man so überrascht mit Blumen und einem Kuchen. So schön die Welt da draußen ist, daheim ist es immer am schönsten. Jetzt ist er wieder hier. Zum Glück. Jetzt bleib ich hier. Jetzt bleibst du hier. Für wie lange? Erstmal so ein, zwei Tage schon. Ja, was? Ja, ja. Ja, ja.